So, heute ist Mittwoch und Stefan sein erster Flug seit langer Zeit. Sieht ja schon ganz gut aus, der Stefan im Abendhimmel. Und hier kommt ein klein fliegender Besenstiel, eine C-22 zur Landung. Heute haben wir ein bisschen Abendsonne, guckt euch das mal an. Wow. So, C-22 ist im Querenflug. Da sitzt ein Flugschüler drin. Ja, super, Landung. Und hier fliegt unser Abbeyflyer. Und wo war er wieder? Ach, da ist er. So, unser Abbeyflyer am 01.09.2010. Ein Querenflug, dreht jetzt einen Endanflug. Sieht alles ganz gut aus, was er so treibt. Jawohl. ZEAT